so hoch hier okay ist okay ihr seid jetzt fällig so So, Selan, ne, warte so, so, Selan geht auf den, der auf den vielleicht reicht's ja. Ach, ich habe dem Lexus immer noch nicht sein Item gegeben, Mist. Okay. Also, so. Lexus im Bruderhauptstuf, maximale KPM 4, MP um 3, Stärke um 6, Bewegungsgeschwindigkeit um 2 und Initiativ um 6. Lexus im Bruderhauptstuf, maximale KPM 5, Stärke um 2, Bewegungsgeschwindigkeit um 1, Initiativ um 2, Magik-Anfesat um 3. So, nächstes, du kriegst jetzt erstmal deine WAP. Ja, um 5 besser, okay. Also, ich mir vorstellen kann, dass das hier. Ne. Wie kommen wir denn darüber? Höh? So, vielleicht, ja. Ja, Tatsache. Ach, wahrscheinlich so ein Pfeil wieder mal. Ja, nein, so, 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 so und so. Drachy, komm her. Okay, alle auf den ersten. Oh, das war gut. Ja, dafür kriegt Tommy gerade mal eine Packung. Chaos-Graller. Haha, das kennen wir doch noch. Ja, 100.000 Angriffe ist okay, Leute. Alter, wie viele Angriffe habt ihr denn? Weg, weg. Weg aber jetzt. Gut. Ach, der greift alle. Ah, das ist aber interessant. Das ist schon mal sehr gut. Das ist nicht gut. Das ist vor allem auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. So, und das war der letzte Angriff. Und jetzt Feuer. So, und jetzt alle Angriffe da drauf, ey. Boom und... Batz, jawoll. Maximarei Spaltner Level. So, und der darf dafür auch stark zaubern. Okay. Er verfolgt uns. Damit habt ihr wohl nicht berechnet. U5 oder was sind wir jetzt? Ui. Können wir jetzt mal... Ich wollte gerade sagen, können wir mal auf den Endgegner treffen, aber es ist offensichtlich keine Chance. Weil wir haben eben eine Save-Session alles gehabt. So, okay, Fummi hat geschlagen. Beflüchtet. Jo, okay. Ja, Fummi, ah, das wird teuer. Er hat schon mal zweimal angegriffen. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Okay. Weg. Ja. Okay, beide ein bisschen. Wir gehen jetzt erst auf den Rechts. Wie ich gesagt habe, wir gehen erst mal alle auf den Rechts. Spam hier den A-Klopf ohne Ende. Okay. Okay. Ah, sehr schön. Okay. Okay, Maxim hat wirklich die Level. Wir konnten mit Schlüssel einsetzen. Super. Okay. Okay. Wir gehen erst auf den Rats. Okay. 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 Müsste der jetzt weg sein. Müsste der jetzt weg sein. Jetzt weg sein. Jetzt weg sein. Und du kannst den anpassen. Und alle auf den Rats noch. Und dann haben wir den auch. Okay. 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 Und dann haben wir keinen Ankerzzauber. Hast du Ankerzzauber? Yo! Ach, Blitz auf beide. Ach, komm. Wir müssen bald los, Leute! Boah, das reicht einfach nicht! Der muss ja jetzt weg sein, na also, na also geil, und Blitzen und Lexus, das ist einzig. Jawoll, Mexi-Belaufstuhl, maximal KW um 7, MP um 5, Stärke, Stärke um 3, Bewego ist Geschwindigkeit um 3, Initiativen um 3 und mag ich an, ich hab nur 4. Den müssen wir noch mal bekämpfen, oder die müssen wir noch mal bekämpfen. Okay, und machen Blitz alleine auf den. So, okay, 230 sind schonmal sehr gut. Sehr gut! Ist trotzdem, aber ist okay. Der ist jetzt schonmal weg. Komm jetzt einfach alle Attacke, das muss reichen. Ja, Fumi macht doch noch einen Volltreffer. Auf geht's Jungs und Mädel. Ja, gut. So. Jetzt haben wir noch einen, geht er nach rechts, geht er auch mal nach rechts, geht er auch an. Speicherpunkt nochmal, okay. Sieht aus wie der Raum eben. Aha! Wie versprochen Prinz, Selle, bringe ich dir den Feuerrubin, sprich nun mit dem König von Taro. Das werde ich. Mein Vater hat bereits zugestimmt, dass du neuer Minister des Landes wärst. Wartet einen Moment, was zum, wer bist du? Der Feuerrubin ist ein Symbol des Friedens zwischen Danubia und Auralio. Das werde ich nicht zulassen, dass es von der Gier eines Einzelnen missbraucht wird. Wer im Namen zur Hölle seid ihr, sprecht so seid es. Vor euch steht der mächtige und bisher unbesiegte Krieger Gai. Ich bin Maxim, der Ritter der Gerechtigkeit. Ihn nennt man Lexis, das Juni des Jahrtausends und diese Holdemite ist Seland, die magische Fee der Vernichtung. Ähm, hast du bei unserer Forschung nicht etwas übertrieben? Findest du? Das klang doch ganz gut, oder? Wollt ihr mich beleidigen? Grrrr, ergreift sie. Ihr seid doch keine Gegner. Leute, was denkt ihr euch? Klauenschlag. Puff. Ja, bisschen was aushalten tut er immerhin. Aber halt auch nicht bombastisch. Wenn jetzt geil kommt, ist rum. Oho, ihr macht den Lütchen. Naja, euer Pech. Tschüss. Hehehe. Tschüss. Ja und schlagt. Tschüss. Na, merkt ihr was? Jo, soll er nochmal angreifen. Tschüss. Seeland und Lex erreich bald mit leveln. So kommt ihr nicht davon. Prinzela, öffne bitte die Tür. Ich nehme den Feuerruinen an mich. Was? Was habt ihr nun mit mir vor? Das soll unser König entscheiden. James. Hast du wirklich? Ich kann dir deine Taten nicht vergeben. Du hast zu viel angerichtet. Bring ihn fort. Lass uns mit den Friedensverhandlungen fortfahren. Ja, damit der Friede zu unseren Ländern endlich zustande kommt. Wird nun alles wieder gut werden, Max? Das liegt bei uns bei Danubia und auch Raleo. Die beiden Länder sind aber auf dem besten Weg. Das glaube ich auch. Aber die Queen war mir zu gierig, ehrlich gesagt, nach diesem Feuerruinen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das Friedensabkommen ist nun unterzeichnet. Das ist ein neuer Beginn für Danubia und Auralio. Ich habe das ein unbestimmtes Gefühl. Typisch worden. Oh oh. Prinz Leon, hier ist der Feuerruinen. Bitte nie. Nein, ich gab ihn für den Frieden zwischen unseren Ländern. Nein, ich kann ihn nicht annehmen. Nehmen ihn, der Rubin gehört nach Auralio. Ich habe außerdem eine Imitation antworten lassen. Ich will ihn nicht. Lieber wäre mir. Nein, ich kann es nicht sagen. Nein, nein, noch nicht. Prinzessin, Prinzessin, der, was ich möchte, ist. Dieser Frieden wird bestimmt sehr lange halten. Das denke ich auch. So, ihr tuteltauschen. Ich kann euch auch noch danken. Ihr seid hier jederzeit gekommen. Das weiß ich. Ich kann euch für eure guten Tage bedanken. Ich verspreche diesen Frieden für alle Zeiten zu machen. Bla. So. Ja, gerne. Okay. Jetzt gehen wir hier hoch. Speichern. Okay. Und ich sage. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir machen letztendlich eine Aufnahmepause. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Mal. Dann würde ich mal vergleichen. Ich werde garən.